Warum? Reaktiv? Kuschelkumpel Was ist das denn? Der Kuschelkumpel reagiert glücklich oder wütend auf dein Gameplay? Das ist fini, da guckt der bei dir ja nur wütend Oh ja, das stimmt aber Spaß fini, alles Gute Kevin, ich würd nicht so lachen, du kriegst auch nicht jeden schon Die Kuschelkumpel Das ist von 50% Noch darunter, Digga Nö Nö Muss ich dir meine Zielgenauigkeiten zeigen nach der Runde Kann ich dir gerne zeigen Sie sind nur über 50 Ich bin 100% Ja Weißt du, Fini hat einmal bei... Wie viel hat das Fini? 11 oder 2%? Der hat sogar einen Kill gehabt Ja stimmt, er hatte 1% und 1 Kill Das heißt, er hat 99 Schüsse daneben getroffen oder von 10 9 daneben Ich glaube nicht Das ist eine Stimme, ich glaube nicht Ich glaube nicht Das Sprayen auf Gebilde Das, damit geht bei der CG Neuigkeit kappe Ne, aber IO Wachen zählen, das weiß ich Aber IO Wachen zählen, das weiß ich Ich glaube nicht, das weiß ich Ja, ich glaube nicht Es ist eine gute Idee von James und das ist die ganz oben das war schon immer so, mit den Spitzsacken zum Beispiel aber ich find's gut, dass es jetzt so sortiert ist, Alter ja, Lava und Lava Marvel, Marvel mein Entchen bekommen, Alter wer hast'n du? wer hast'n du? wen hattest du denn? ich bin grad ein Spinn, sag mal ach der Gadiator da ach 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 Okay. Ich bin nur ein Street Fighter, dann.